Und damit willkommen zurück zu Star Wars Outlaws. In der letzten Episode haben wir es ja bis zu unserem Schiff hier geschafft, was jetzt mittlerweile eigentlich richtig gut aussieht. Und unseren Blaster haben wir hier geupgradet. Und ich würde sagen, wir machen die nächste Mission. Die verlorene Steppe. 340 Meter irgendwo da hinten. Und schaut mal, was die Bäume hier machen. Die sind ein bisschen krass am rumwackeln hier. Obwohl es eigentlich so aussieht, als wäre es noch so ein kleines Lüftchen. Eih, ja. So. Düsen wir mal hier. Okay, das geht. Ich glaube nicht, ist das schlau, würde ich da einfach direkt hinfahren? 107 Meter. Ich sag mal, wir bleiben hier. Ne, bleib. Geh runter, bitte. Danke. Was ist das hier? Kann ich da rauf? Sieht nicht so aus. Oh, geil. Schöne Wasserfälle da hinten. So. Dann gehen wir da. Nö, schaut nicht so aus. Irgendwas sagt mir, dass wir dann Besuch kriegen werden, wenn wir da jetzt reingehen. Äh, muss ich das irgendwie wechseln? Aha. Achso. Äh, Performance. Ah, dann nehm ich das hier wohl mal mit. Hm. Sonst noch irgendwelche anderen Goodies? Was haben wir da? Großer Jabba, ich habe Fortschritte auf Toshara erzielt. Dies ist die erste von vielen Kreditzahlungen an Sie, wie Sie von dieser Operation erwarten können. Ich möchte diese Gelegenheit außerdem nutzen, um Ihnen erneut dafür zu danken, dass Sie mein Leben verschont haben. Anders als der andere Huttenvollstrecker. Ich nehme diese Chance nicht auf die leichte Schulter und werde mich nach Kräften bemühen, mich zu revanchieren. In loyaler Toy, der Beric. Alles klar. Also irgendwie hat das Spiel hier drin Performance-Probleme. Ist grad nicht sehr performant. Okay. Darutas Imbi, Sjantas Hoffnung. Ah, passt. Dann gehen wir zu unserem Speeder. Ein Auftrag, der jetzt mal funktioniert hat. Moment nochmal. Rennt da was? Oder nach rechts? Was ist da jetzt? Lasst uns das mal kurz angucken. Was ist hier passiert? Nee, das ist einfach nur ein Lagerfeuer. Moin. Komm, handel mit. Du, wollen wir handeln? Äh, handeln? Was handeln? Was immer du willst. Die Nuki-Hallens-Läger geht jeden Handlein. Und was hast, gucken wir das gern. Oh. Habt ihr das mit der Waffe gerade gesehen? Ah, wie geil. Äh, okay, das ist alles gesperrt. Material verkaufen. Ah, und da ist sie wieder. Okay. Angemacht. Ja, das Spiel hat so seine Momente. Hm, so viel zum Polish. Das könnte noch witzig werden. Hehehehe. Ja, okay, gut. Er ist einfach nur ein Händler. Du, 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 du. Au, 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 au. Das ist gar nicht so geil. Ich spreche mit dem Rennfahrer. Weiter rennen. Wo? Hm. Tja, ich muss hier irgendwie wieder rein. Vorerst Auto. Yes. Ah, wo soll ich denn parken? Ich würde einfach sagen, hier mal so mitten auf der Straße. Ah, das passt schon. Oh, da hinten? Ist das Ausrufezeichen da hinten für die Rennleitung? Ich will da unbedingt mal hin. Äh. Hallo? Oh, ich streichel. Okay, dann halt nicht. Da. Ah, der muss wieder rein sein. Ja, warum nicht? Naja. Ah. Ah. Hattisch. Bist du bereit? Wohin? Ah, okay. Das sind die Markierungen. Alles klar. Das sieht ja relativ easy aus. Okay, der links ist der nächste. Wow. Da ist ja noch Verkehr hier. Und da haben wir Freunde. Da kann ich mich schon mal für später. Ah, nice. Also ich muss schon sagen, von der Landschaft her, toll gestaltet. Geh, fällt mir. So, danach noch zwei. Yes. Yes. Wir sind zu schnell, Kumpel. Hahaha. Hahaha. Mal schauen. Hab ich eigentlich nichts dagegen. Ah, tust du mir was? Ich glaube, ich gehe hier wieder. Hahaha. Ja, der ist nicht sehr freundlich. Hier oben ist auch was. Oh, das ist ein vorgezeichnendes Ding. Okay. Wo ist unsere City? Von hinten. Äh. Guten Tag. Was ich noch ganz cool fand, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, bin ich bei unserem Schiff ein bisschen rumgestanden. Und auf der zweiten Landeplattform ist ein riesengroßes Schiff gelandet und dann hat man wieder gestartet. Es hat noch geil ausgesehen. Und das sehen wir dann später nochmal. Was ist noch ein Fragezeichen hier? Hahaha. Okay, das ist ganz witzig. Äh, einmal runter hier. Sieht so aus wie eine Tankstelle hier. Ist das da rein? Ist das jetzt wieder so ein Gleiterhändler hier? Ja, nö, gerade eigentlich nicht. Das Einzige, was ein bisschen nervt, das ist, dass sich da durchgehend die Helligkeit immer wieder ändert. Mal schauen, ob das vielleicht irgendwas mit DLSS zu tun hat. Eingang. Yes. Oh, geil. Warte mal. Kann ich hier drin ein schönes Foto machen? Mö, so. Mach mal. Einmal so. Ey, die haben auch einen Roborock. So, weg da. Dankeschön. Und die haben auch wieder diese gigantische Kochvorrichtung da hinten. Scheint irgendwie so ein lokales Teil zu sein. So, leer. Moin. Danke. Also, das hier habe ich gefunden. Eine Art Verfolger, Transponder und ein paar Kredits. Behalt sie. Um die ging es mir sowieso nicht. Die Hutten wollten kein Tribut zahlen. Also führt sie dieser kleine Transponder hier statt zu ihrem Versteck geradewegs zu mir. Mit dir darf man es sich nicht verscherzen, hm? Keine Sorge. Ich bin gut zu allen, denen ich vertrauen kann. Und deshalb kriegst du noch ein kleines Extra. Extra? Also, mehr Geld? Nein, besser. Ein Rat. Ich habe Freunde, die dir helfen könnten. Etwa ein besseres Hacking-Kit zu beschaffen oder deinen Gleiter aufzumotzen. Finden musst du sie selbst. Aber das ist mal ein guter Anfang. Danke. Informationen sind ja mehr wert als Kredits, richtig? Weißt du, du kannst diese kleine Erleuchtung gern für dich behalten. Bis bald. Was für ein schräges Kommentar von hier. Und vor allem so, ja, ich habe den Leuten helfen können, aber ich finde sie selber. Okay. Machen wir da so eine Musikbox hier. Moin. Kann ich da rein? Nö. Sildere. Ja, das wäre das. Ich würde mal sagen, wir gehen mal da zu diesem Frage... Okay, ich könnte jetzt diese Einspritzventile gebrauchen. Bring sie her und dann sollten wir losfliegen können. Really? Ich bin gleich da. Ja, Moment, ich will erst mal zu diesem Fragezeichen da. Oder ist das Ether-Mechaniker? 20 Meter. 20 Meter. Hä? Elf Meter? Ist es außerhalb auf der anderen Seite? Hä? Hast du einen Moment? Äh, wo bist du? Äh, tolle ist er. Moin. Ja? Ähm. Okay. Äh, der Fleck, der Schild auf dem... Ah. Okay. Da habe ich nichts. Also hier kommen sie ziemlich alles upgraden. Alles klar. Ich will doch noch gar nicht weg. Und jetzt ist es einfach wieder hell. Das sah ja auch schon mal besser aus. Es fliegt, quasi. Hast du noch einen Auftrag für mich? Was hältst du davon, Ims reinzulegen? Nicht gut. Kay, sag ihr nicht gut. Ich dachte, sowas macht ihr hier nicht. Deshalb hängen wir's den Pikes an. Und wer sagt mir, dass Crimson Dawn mich hinterher nicht abserviert? Niemand. Aber so läuft das Spiel. Und ja, ich spiele es besser als die meisten. Du musst dich nur auf eine Station des Imperiums schleichen und ein paar Daten löschen. Einfach. Im Weltraum? Nein, sie ist noch nicht bereit. Ich mach das schon. Aber ich sprach über sie. Wir kriegen das hin. Fertig. Sie fliegt jetzt. Aber der Hyperantrieb ist immer noch im Eimer. Ach, also keine Sprünge. Dann müssen die Kernwelten wohl warten. ja, aber wie gesagt, ich will noch gar nicht weg. Wo ist jetzt dieses Vorgezeichen? Oder war das da eine Fernseher da im Schiff? Naja, das ist definitiv im Schiff. Ich geh mal zu diesem tollen Fernseher. Ach, jetzt ist es da hinten zu. Aber bitte du mir nicht abfliegen, wenn ich jetzt da reingehe. Ja, das stimmt. Ich werde irre. Ja, der Kleiderschrank wird es auch nicht sein. 11 Meter in diese Richtung. Öffnen. Ah, Scheißhaus. Alles klar. 13 Meter, da komme ich nicht rein. Hier geht es nach wie vor nicht nach oben. Ey, das gibt es doch nicht. wo ist das? Vielleicht irgendwann später. Ja gut, dann fliegen wir vielleicht durch. Moin. sicher, sicher, dass es fliegt, Wacker? Das wird sie. Das wird sie. Wahrscheinlich. Oh, okay. Starten, Regis. Okay, zählt, um abzuhauen. wieder von der Leine. Oh, oh. Wir sollen da rein? Ah, jetzt kann ich was machen. Sehr, ich versuche es. Ich habe es kapiert. Okay. Was soll eigentlich der Schrott hier draußen? Ja. Dafür kannst du dich bei den Sonnenwinden bedanken. Aber keine Sorge, das Schiff kommt mit allem zurecht. Oh, klar. Ja, aber das sieht noch ziemlich großen Schiffen aus, die da kaputt gegangen sind. Wir sind verhältnismäßig recht klein. Da ist das Schiff. Schieß die Fracht frei. Mhm. Ähm. Achso, warte mal, ist das da hinten? Ja. Oh. Nein, ich hasse Weltraumschlafen. Wo ist der hin? Ich hasse es. Ich hasse das. So, das erste Upgrade geht nochmal zu den Waffen rein. Das sehe ich jetzt schon. Shit. Ah, fuck, 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 fuck. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Oh, nice. Das Ding fliegt sich echt geschmeidig. Nicht wahr? Also, holen wir jetzt den Rest der Fracht. Ähm, wie machen wir das jetzt am besten? Ah, ja, okay. Gott, hätten wir. Wohin? Ah, der links runter. Da. Der, der, der einzigen Ding, was hier irgendwie noch intakt ist. also, Also, da wollen wir einbrechen? Ja. Mach einfach nichts Verdächtiges, okay? Weißt du was? Ich erkläre die Bordwaffen. Nur für den Fall. Okay. 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 Ja, natürlich. Das haben die doch nicht ernsthaft geglaubt. Ah, muss ich das selber landen oder macht das Schiff das? Ja, das geht bestimmt gut aus. Sie haben ein ganz gutes Gefühl. Ja, dann sagen wir mal Hallo. Okay. Okay, das wird hart. Es ist noch nicht zu spät, um die Fracht zu übergeben und zu verschwinden. Nein, ich brauche Ersatzteile für mein Schiff und nur so bekomme ich sie. Wir ziehen das durch. Wir müssen. Also ich soll einfach... Was? Die Imps ablenken, während du den Datentresor suchst? Klingt auch ein Blam. Gute Idee, Wacker. Ich schleiche mich zur Hintertür raus. Na gut. Ah, so spricht die seitliche Tür doch. Welche Hintertür meinst du? Ist es offen? Welche Hintertür? Acht Meter. Das Schiff macht mich wahnsinnig. Wo ist denn das? Ich meine, das ist ja nur die Toilette hier. Wo willst du, dass ich hingehe? Ach, jetzt? Ja. Werden wir sehen. Sieht aber geil aus hier. Muss ich schon sagen. Okay. Und kein Alarm auslösen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ah, 73 Meter nach da unten eigentlich. Okay, er ist draußen. Die verfolgen das Ding. Mh. Mh. Gute Deckung. Was? Wo? Ah, ich sollte ja nicht so jedes Mal auf Tab drücken. Äh, aktiviert. Also wegen Gelieferung. Es ist leichter, wenn ich es Ihnen zeigen. Kommen Sie rein. Sehen Sie diese Laserkanone? Das ist eine Dürmer. 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 Du siehst nichts. Warum kann ich nicht mit Toten persönlich sprechen? Der Gouverneur ist äußerst beschäftigt. Sie kennen den Preis für eine Eilzertifizierung? Hier hast du nichts zu suchen. Der wartet seine Ware noch heute in ihrer Ware. Ah, shit. Äh, kann ich hier weg? Dankeschön. Okay, das war ein Fail. Hätte ja sein können, dass es funktioniert. Wo ist Ihre Einzelauflüstung? Wir wussten nicht, dass wir... Hmm. Wie sollen wir denn ohne diese, den Inhalt dieser Käse... Wie komme ich da am besten rein oder doch hier von unten? Einfach was? Einfach alles ablenken, was die Feiks uns vor die Tür stellen? Moin. Denk daran. Oh. Wir toten niemand. Ah, scheiße. Ja, gut. Komm, Alarm auslösen. Wir haben sie gleich. Eliminiert. Ach, ja. Vielleicht links von dem Schiff. Wo ist Ihre Einzelauflüstung? Wir wussten nicht, dass wir sonst was brauchen. Wie sollen wir denn ohne diese denn hinterher... ...wischen wir lehigen? Oh. Guten Tag. Oh, tschüss. Sehr gut. Ja, da unten stehen zwei Kollegen. Ich bin nicht verpflichtet, sie so zu behandeln. Ja, vielleicht macht es Sinn, wenn ich die jetzt hier auch nochmal ausknocke, dass sie mich nicht von hinten sehen. Wissen Sie, es gibt einen Grund, weshalb das Schiff Erfolg hat, vor allem nur Versagen. Wir sehen Sie... Oh. Oh. War so nicht geplant, Tix. Sehr gut. Hüff. Gut. Das war so wirklich nicht geplant. Aber es hat funktioniert. Äh. Wie komm ich da runter? Ja. Ja. Wir kommen mit allem durch. Und in den Wagen. Oder muss ich da durch das Teil da unten durch? Hm. Wir probieren es mal. Das hat funktioniert. Der Gouverneur ist äußerst beschäftigt. Sie kennen den Preis für eine Eilzertifizierung. Worauf erwartet seine Ware noch? Sie wissen, wie das funktioniert. Sehr geil. Sehr geil. Sehr geil. Hey, es hat funktioniert. Yes. Gehst du weiter? Lass mich raten. Ich konnte nicht einfach mit, oder? Doch. Ich könnte. Aber der Pferd nirgends mal hin. Gut. Kann man da rein. Wir sind drin. Auf einer Konsole findet sich sicher ein Grundriss. Dann finden wir den Datentresor. Okay. Da gibt's nichts weiteres zu holen. Oh. Nice. Nice. Wer auch immer eine Sansana-Ladung im Belüftungskanal abgestellt hat, bitte wenden Sie sich an das Wartungspersonal. Wenn sich niemand darum gekümmert hätte, hätte das Gelegenheit katastrophal enden können. Okay. Muss ich hin. Kann ich hier was machen? Nee. Oh. Okay. 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 Jetzt bitte... Besten Dank. Hm. So, dieses Gespräch einfach unterbrochen. Und keiner denkt sich was. Oh, shit. Du siehst gar nichts. Kein Verstecken. Oh, shit. Ah, wegziehen kann ich die ja nicht. Hm. So, da leh. Also, wie sieht's aus mit Konsole? Also mal hier. Dezenziert. Okay. Nix Interessantes. Aber ich muss sagen, den Flair haben sie gut reinbracht hier. Hier kann ich auch nichts benutzen. Ah, doch, da. Also, Datentresor, Datentresor in der Wartungsbucht. Alles klar. Öffnen wir diese Tür. Ja, macht auch. Ist ein Argument. Dankeschön. Oh, scheiße. Ja, das... Oh, geil. Lief nicht wie geplant. Wie immer bei mir. So, was machen wir jetzt mit der Kamera? Könntest du... So, mal ablenken. So, einmal runter. Geben Sie sich besonders Mühe. Hier steht bald eine Inspektion an. Was muss man mir in den Ärmel sagen? Ich erinnere mich doch ans letzte Mal an. Ich fass es nicht, dass du... Alla. Können wir doch nicht einfach so erschrecken hier. Was ist das? Oder was? Okay. Soll ich da jetzt auch wirklich runter? Au. Okay. Ah. Fuck. Ne, ich will doch nur auf die Plattform da rauf. Ja, gute Frage. Wie komme ich hier weg? Also gut, es ist Zeit für mich zu gehen. Hey, also das mit den Schlössern funktioniert langsam. Aber ganz am Anfang, es war echt traurig. Oh, der mit den Goodies. Ja, technisch in keinen sehr guten Zustand hier. Und die nächsten machen da unten. Gleich drei. Mit großen Wummen. Du hast nichts gesehen. Alter, was ist das denn? Alter, was ist das denn? Hat der den Gatling-Gun da in der Hand? Komm her. Immer schön herkommen. Tut dich aus, Lex. Nice. Na, geil. Und die Wummi kann ich natürlich nicht nutzen. Oh, schnell. Scheiße. Okay, geschaff ich nicht. Shit. Ja, sorry. Das ging jetzt gerade nicht anders. So, hier nochmal. Nice. Oh. Ah, nee, würde ich nicht sagen. Oh, der Arme. Hm. Okay, deaktivieren. Ach, nö. Dankeschön. Ist das... Hat das gar nichts gebracht? Äh. Geh weg da. Schauen wir mal nach oben. Nee, das hat nichts gebracht. Oh, aber da hinten haben wir noch Goodies. Dann gehen wir wohl mal den offiziellen Weg hier. Und da komme ich auch nicht rein. Sag mal kleiner. Was? Der kann doch einfach durchgehen. Ja, dann bring her mir das Zeug. Okay, er geht da durch. Alles klar. Aber da hat es auch eine Kiste da drin. Oh, ist aber fein gemacht. Ah, ja, gut. Das war natürlich etwas schlauer gewesen. Dankeschön. Nice. So, was haben wir hier? Obwohl sie der Wartungsarbeit noch von Risiko erzählt haben, beharrt das Team auf LS-Sektion 04 darauf, dass die Krachstoffleisten korrekt justiert sind. Vom übermäßigen Hochdruckdampf beschlagen die Linzen der Sturmtruppler. Diese mangelhaften Arbeitsbedingungen sind unzumutbar für meine Truppen. Wenn sich niemand darum kümmert, werde ich dieses Problem an den Sektionsvorsteher weiterleiten. Alles klar. Oh, da gibt es noch Goodies. So, da. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau.